so leute doch mal wieder zurück bei wet also ich hatte ja also wie soll ich anfangen Leute das ist jetzt mein Hauptaccount denn es gab einen kleine scheiße ihr wisst ja alle Videos wurden immer so komisch asynchron das hat mich so aufgeregt dann habe ich alles rumprobiert bis es ging dann ging es wieder dann hab ich gesagt oh cool jetzt machst du wet weiter hab dann das jeweilige Kapitel schon gemacht wo wir stehen geblieben sind waren wie auch immer war aber dann wieder asynchron daraufhin habe ich gesagt gut ich hab keinen bock mehr ihr habt die meisten vielleicht haben es mitbekommen ich hab's im Kanal reingeschrieben dass ich aufhör zu let's playen deswegen wegen dem asynchron blablabla scheiß ich keinen bock mehr hab und jetzt habe ich aber wieder was anderes probiert jetzt nehme ich meine stimme über ein anderes programm auf und da ging es eben zumindest bei hot pursuit habe ich einen test gemacht da ging es wunderbar und da wollte ich bei wet jetzt weitermachen für euch und sehe auf einmal scheiße ich habe das Kapitel jetzt schon gemacht und ich kann das nicht wiederholen deswegen bin ich jetzt in meinem Hauptaccount drinne damit ich das level noch mal machen kann weil ich das wäre scheiße ich hab gekommen ich lass es einfach egal und der punkt ist es sind nur noch ja es sind eh nur noch drei Kapitel und das Kapitel jetzt hier müsste ich so in acht minuten also ich habe jetzt schon knapp zwei minuten eine minute gebabbelt und das wollte es auch nicht vorenthalten das wäre auch schwach gewesen also falls ihr das video überhaupt seht dann ist alles synchron müsste es zumindest sein und alles ist super und ich kann weiter let's play ansonsten ja höre ich halt auf leider aber mich regt es tierisch auf ach jetzt déjà vu als hätte ich das erst voll in einer gewissen zeit schon mal du bist im falschen haus um die zucker zu leihen schätzchen und jetzt meine süße werde ich herausfinden wieso wieso bist du hier ich bin eben gesellig wieso bist du hier du brauchst ein Atemgold weißt du das wer weiß noch dass du hier bist du nutte deine frau und sie kocht vor eifersucht wenn du nach hause potzt musst du einiges erklären ich weiß nicht wer du bist schätzchen und ich hab das interesse verloren mach sie fertig und mach dann mit ihr was du willst rutsch mir doch den buckel runter wie hältst du es denn gern du arschloch es wird eine verdammt lange nacht werden das finde ich irgendwie ein bisschen lame wie schnell sie sich da irgendwie befreien konnte und wie einfach das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig ok und schade dass sie sich auch direkt schon anzieht und nicht noch so normal ein bisschen rumläuft wäre doch viel cooler das lustige in diesem kapitel ist folgendes alle affen sind hier in dem ersten raum drin also das ist sehr cool ich kann es ja euch jetzt leider nicht zeigen weil ich die affen ja in dem bekommt schon alle hab und ich dachte den punkte zähler modus den hätte man direkt schon aber stimmt den schaltet man sich ist ja echt erst frei naja was was wir machen geht jetzt halt nicht anders also drei affen sind auf diesem tisch hier hinten der vierte wo war denn dann der vierte ich weiß noch dass hier oben gleich einer ist wenn man hier links dann weiter springen würde boah da oben habe ich gerade lauter skill punkte gesehen also der typ hält irgendwie voll viel aus ok 5 kugeln im kopf ist dann aber doch genug der hatte wohl noch eine granate da hinten ist auf jeden fall noch einer aber da oben habe ich gerade punkte gesehen und hier auch komm ich da so hoch nö nicht wirklich ist mir auch an sich egal oh jetzt ist gerade die frage auf welchem schwierigkeit spiel ich denn hier auf welchem grad ich glaube es ist ein punkte zähler egal was hat man eigentlich ein punkte zähler oh nein werbung für einen schwierigkeitsgrad ich weiß es gar nicht ehrlich gesagt keine ahnung und jetzt kommt eigentlich jetzt nur noch ein rage modus und dann ist glaube ich schon wieder vorbei also wirklich ein saukurzes kapitel das nächste kapitel wird auch recht kurz und dann das letzte hat es noch mal ordentlich in sich wo auch unter das ist ja natürlich geil und ich fiege gerade ein flugzeug vorbei ich höre nichts nein so tief fliegen die Flugzeuge hier nicht aber ich habe mein fernsehrichter könnte ich eigentlich ändern das bedeutet aber dass ich aufstehen müsste und ne das ist für einen gamer einfach zu viel arbeit komm das passt so da unten ist schon mal ruhe da kommt keiner mehr ah ne warte ich kann nicht hier ruhe springen oder jeher 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 ich hoffe leute das ist die krone ich roste uns aus und nochmal das fast boah da kommt noch mehr und das schnetzelt so bäm und sind also auch keine mehr warum jetzt plötzlich auf einmal ach ne warte das kommt noch gar nicht das ist schon fast alles verraten bam 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 die nächsten kommen yeah 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 yo 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 bboy insider tut mir leid und zaaag das auch noch das ist lustig wenn die immer noch in den Zug dann so rein den hat es voll erwischt eh äh sorry ähm wollte ich nicht war echt nicht meine absicht kollegen so jetzt ist da oben die leiter und jetzt kommt ne ganz fiese drecksstelle denn man muss hier echt schnell mal alle killen die hier so am rumlaufen sind denn wenn man hier hoch ist auf der leiter kann man ja nicht schießen seitdem man fällt runter boah hier verliert man halt wirklich mal ganz schnell aber jetzt ist da auch mal ruhe den haben wir noch zerroppt und jetzt kommt einfach ein Waggon reingefahren ja dann pass auf das wird doch viel cooler leute ähm okay geht alles wie von geister hand und steht neuer Waggon da sehr cool wo kommt man hier nochmal runter boah das war jetzt Glück und komm schon komm schon zack ich hoffe das war jetzt nicht zu hoch und ich muss hier das zeitliche segnen wow bämsen bämsen ich hab grad so viel gelabert ich hab gar nichts von mir glaub ich mitbekommen ey genau an der Stelle ist immer das Lied zu Ende ich brauch also immer gleich lange sehr lustig ja ey die schießen schon auf mich okay es hat keine energie gezogen aber ist das trotzdem haltbar oh da oben auch einer auf der Treppe oh man kann ihn kommen sehen ey wenn ihr wüsstet wie ich hier kann sitze und am zittern bin oh ist es jetzt synchron geht es jetzt oder geht es nicht was wird sein und warum das war ich so warum kommt jetzt auf einmal so eine Lokomotive reingefahren und hat erstmal da boom voll hin und dann steht da ein Geschützturm einfach mal so naja ist okay Zwei Zwei jetzt hier erstmal kleine Armeisen zerschießen ha ha das war Spaß in der Ansicht jetzt kommt Spiderman Leute pass mal auf wie so ein Vampir oder wie Spiderman hängt sie sich jetzt einfach an der Wand zu fest sieht so geil aus und ja wieder bei 8 Minuten 40 geil jo sehen wir haben wir es geschafft jetzt könnte ich eigentlich na ne jetzt muss ich sogar in den anderen Account erstmal wieder gehen allein wegen den Trophies die Trophies Leute also gut das war's von dem ich muss jetzt wieder in den anderen Account switchen und ja Leute wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme Tschüss